Äh, okay. Okay. Äh, wo könnte denn noch einer sein? Ich hab gerade vergessen, wo ich hinwollte. Okay. Okay. Oh, yeah. So, wo ist... Okay. Okay. Na gut. Okay. Okay. Meine Güte. Okay. So. So, den haben wir auch. Na, hoffentlich. Sully, wir sind da. Was ist es? Geschafft. Komm, lass uns reingehen. Okay. Da ist ein Schatz. Irgendwo jetzt gerade. Was auch immer das sein soll. Dann gehen wir mal. Es ist verdammt riesig. Und das ist ein Rätsel. Haha. Und ich hab keine Ahnung, wie man's löst. Haha. Wie immer. Ach, geht nicht auf. Tja, das muss also der Eingang sein. Ist aber verschlossen. Es gibt sicher einen Mechanismus, um sie zu öffnen. Wir müssen ihn nur finden. Sehen wir uns um. Die gibt's ja bekanntlich immer. Oh, hey. Ich konnte dein Notizbuch von Marlow klauen. Dachte, es wäre hilfreich. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, ja. Dann machen wir mal. Hier ist was. Mr. Glenn. Hey. Da drüben ist noch einer. Ja, ich hab ihn gesehen. Oh. Hm. Vielleicht funktioniert der da drüben. Müssen wir aber erstmal hinkommen. Warte hier. Und. Ich bin ja dabei. Ich bin ja dabei. Ich mach das ja gerade. Alright. Los. Hahahaha. Aha. Er'sax reapp. In den Worten von Victor Sullivan. Da hol mich doch der sonst wer. Oh, es ist eine megaschöne Stadt, aber da kommt auch ein Sandsturm. Also, eine Mischung aus doofen Sachen. Dann, Kapitel 21, das Atlantis der Wüste. Oh, Victor Sullivan. Willkommen in U-Bar. Noch eine Sackgasse. Wie soll man denn da runterkommen? Auf der anderen Seite. Oh, unglaublich. Deshalb konnte die Stadt hier so aufblühen. Eine unterirdische Quelle speist das alles. Sauber. Verrückt, dass die immer noch sprudelt. Oh. 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 Das ist ja der Wahnsinn. Was? Nein. Nein. Bitte. Sally. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Was? Was zur Hölle war das? Was zur Hölle war das? Ich bin, ja, ich hab's falsch gemacht, ich weiß. Was? 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 Oh! Oh! Nein, so. Das war's für dich. Pisst sich, Junge. Was sind das für Viecher, Alter? Ich glaube, wir sind auch Drogen oder so. Was sind das für Viecher, Alter? Was sind das für Dämonen-Dinger? Ich habe Angst, Alter. Ich habe Angst, Alter. Ich habe Angst, Alter. Äh, na gut, das war jetzt vielleicht... Ich habe Angst, Alter. Ich habe Angst, Alter.